ich wollte euch nur kurz zeigen wo man den weltboss in diablo 4 in der beta findet es ist hier ganz im osten so da ist der schmelztiegel und ist für level 25 das heißt ihr müsst möglichst hoch sein dass der boss euch nicht one-shotted weil ihr da tatsächlich nicht skaliert in dieser zone es gibt manchmal solche zonen in der open world ansonsten skaliert er mal alles aber hier halt eben nicht genau heute spawner anscheinend um 7 uhr abends deutscher zeit viel spaß noch beim weiterspielen und wir sehen uns